Dann war er erstmal enttäuscht, aber der hat ihm ein Buch in die Hand gedrückt, das war ein neues Testament und hat gesagt, hey, aber der Gott von diesem Buch hier, der kann dir helfen, aber du musst ihn selber suchen, du musst dich selber auf die Suche machen, das war's. Er ist in sein Zimmer gegangen, hat in einer Woche das ganze Neue Testament durchgelesen. Das ist gewaltig. Und dann kam er irgendwann an den Punkt, wo steht, dass Jesus für die Sünden aller gestorben ist. Hi, ganz herzlich willkommen hier zum zweiten Teil von der ersten Folge von Kurz Zweilich mit Manuel Bühler als Gast und wir reden hier im zweiten Teil über Kickerbibeln im Lehrerzimmer, über einen Einsatz in einem serbischen Flüchtlingslager und wir reden davon und staunen darüber, wie Jesus Herzen verändern kann. Ganz viel Freude beim Hören. Und dann bin ich dort hingegangen und habe gehofft, dass ich in dem Jahr, was ich mal zugesagt habe, so ein bisschen Wegweisung bekomme, wie es dann mit meinem Leben auch weitergehen soll. Und Gott hat dann ziemlich klar auch und schnell auch gesprochen, weil das schon beim ersten Seminar oder beim zweiten Seminar so war, dass wirklich die Bibel mich sozusagen vom Hocker gehauen hat durch das, was ich da gehört habe. Und so sind dann da recht schnell drei Jahre draus geworden. Ein Bachelorabschluss sozusagen. Und genau, das war so mein Weg zum BSK. Ja, ja, stark. War das dann für dich dann auch irgendwie gerade in diesen drei Jahren irgendwann klar, du willst das voll machen? Also wirklich in dem Sinne Gottes Wort weitergeben in Kombination mit deinem Zeugnis irgendwie? Kam das dann so im Laufe der Zeit oder war dir das schon früher klar? Nee, das war mir damals tatsächlich noch nicht klar. Und das ist auch das Schöne, wie Gott ein Stück weit führt. Weil, wie gesagt, ich stand am Anfang da und ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Ich wollte ja immer nur Fußball spielen und das konnte ich jetzt nicht mehr. Und ich bin dann an die Bibelschule im Endeffekt, ja, als Lückenfüller in der Hoffnung, irgendwie dann Klarheit zu bekommen. Und Gott hat dann diese Klarheit während der Zeit an der Bibelschule geschenkt. Also erst mal war es so, ich bin an die Bibelschule gekommen und ich habe da ein Seminar gehabt, Jesus im Alten Testament, beziehungsweise Bibelkunde Altes Testament. Und da ging es halt viel darum, wie sich die ganze Bibel in Jesus erfüllt und wie die Geschichten, die lang vor ihm geschrieben wurden, die ich ja alle auch ein Stück weit kannte von meiner Jugend her, wie die sich in Jesus sozusagen erfüllen oder auf ihn hinweisen. Und es hat mich so fasziniert, dass ich an diesem Tag nach Hause gefahren bin, im Auto saß und so gedacht habe oder auch gebetet habe und gesagt habe, Herr, ich verstehe gerade vieles nicht, was in meinem Leben abgeht. Und ich bin echt auch enttäuscht und frustriert, aber für das, was ich heute hier gesehen habe, kann ich dich nur anbeten. Du bist Gott und dieses Buch ist über natürlich. Es war mir so klar, so klar an diesem Tag. Und ich habe dann nochmal so am Abend ein bisschen mit dem Herrn eine Zeit gehabt, wo ich gebetet habe. Und während ich gebetet habe, da ist mir dieses Wort in den Sinn gekommen aus Johannes Kapitel 6, wo Jesus lehrt und das Evangelium verkündigt und dann viele Leute weggegangen sind, weil das ihnen eine zu harte Lehre war und sie gedacht haben, wer kann das hören? Und dann sind die weggegangen und er hat seine Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und dann haben sie geantwortet, Herr, wohin sollen wir ergehen? Wir haben erkannt, dass du der Christus bist und dass du Worte des Lebens hast. Und es war so ein bisschen im Gebet, als würde Jesus mir diese Frage stellen, willst du nicht auch weggehen? Und ich habe mich ja so gefühlt, weil den Umständen nach war viel Frust dabei und auch Gott gegenüber. Aber nach diesem Tag an der Bibelschule, da konnte ich von ganzem Herzen das antworten, was da, glaube ich, auch dann Petrus geantwortet hat, nämlich... Nee, wo soll ich hingehen? Wo soll ich hingehen? Keine Ahnung. Ich habe erkannt, dass du der Christus bist und dass du Worte des ewigen Lebens hast. Und von dem Moment an ist irgendwo Friede reingekommen. Und das war das Erste. Da war eine Sehnsucht, eine Liebe zur Bibel, wo ich einen komplett neuen Blick darauf bekommen habe und angefangen habe, darin zu forschen und es mir viel, viel Freude dann bereitet hat. Und dann sind irgendwann aus dem einen Jahr Bibelschule, wie gesagt, dann drei Jahre draus geworden. Und während ich da auf dem Weg war, wurde ich irgendwann an eine Schule eingeladen. Und ich wollte erst nicht hingehen. Meine Schwester ist Lehrerin und hat gedacht, ja, der soll mal vorbeikommen und da bei den Schülern christliche Schule mal ein bisschen vom Glauben erzählen. Da gibt es so viele, die interessiert das überhaupt gar nicht. Aber mit seiner Geschichte und so, da könnte das vielleicht interessant sein für die Schüler. Und ich wollte erst nicht. Und da hat sie mich so lange überredet, bis ich dann kam. Und dann bin ich dort eben an die Schule hingegangen und habe da einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählt, ein paar Bilder gezeigt, mit denen auch Fußball gespielt. Im Pausenhof hat mir riesig viel Freude gemacht. Und da ist irgendwie so ein bisschen der Gedanke entstanden, oh Herr, vielleicht könnte das eine Tür sein. Kurze Zeit später hat eine nächste oder eine andere Schule, eine staatliche Schule angerufen und hat gesagt, wir haben das mitbekommen in Freiburg. Wir würden dich auch gerne einladen. Und dann bin ich dorthin und das war so ein Berufungserlebnis für mich. Weil mir war erst nicht klar, auch staatliche Schule, Glaube, kann man da überhaupt was davon erzählen? Und ich habe das dann gemacht, einfach so wie an der christlichen Schule auch. Habe davor auch erst ein bisschen überlegt, aber dann habe ich gesagt, nee, ich mache das einfach authentisch, so erzähle aus meinem Leben. Da waren ganz viele Schüler auch aus unterschiedlichen Hintergründen mit dabei. Und danach waren wir auch noch eine Runde im Pausenhof Fußballspielen. Und es war für die so eine Freude, das hat mir auch so eine Freude gegeben, wo mir dann klar gewesen ist, okay, das ist was, dem ich nachspüren möchte. An Schulen zu gehen, Profifußball und Glaube zu kombinieren. Es war dann so, dass dann noch die Lehrer auf mich zugekommen sind und noch Kickerbibeln mitgenommen haben. Und ich habe gedacht, was ist hier los, dass die im Lehrerzimmer sich Kickerbibeln verteilen und das dann auch alles noch finanzieren. Das war für mich ein Riesenerlebnis. Und da war mir irgendwie klar, ja, da habe ich zum Himmel hochgeschaut und habe gesagt, okay, Herr, Schulen, jetzt weiß ich Bescheid, was du vorhast. Habe dann mit Sportler auf Sportler gesprochen, die fanden die Idee cool, haben mich da unterstützt und dann hat es angefangen mit diesem Projekt. Parallel dazu habe ich weiter in die Fußballer-Connection, die ich hatte, ja, weiter gehalten, bin zu Sportler-Golzinsen gefahren, habe die auch angefangen selber zu machen, in die Fußballer ehemalige Mitspieler weiter auch zu investieren, ihnen vom Glauben zu erzählen, mit ihnen im Austausch zu bleiben. Und so ist dann eben dieses Projekt Fußball mit Vision entstanden, mit diesem Baustein auf der einen Seite im Profifußball zu sein, Fußballer mit dem Evangelium zu erreichen und auch gläubige Fußballer zu stärken, zu ermutigen, zu vernetzen. Und dann auf der anderen Seite aber auch an Schulen zu gehen und diese Fußballer sogar durch Live-Telefonate, Videocalls damit einzubinden. Und ja, das Evangelium sozusagen an die junge Generation weiterzugeben. Ja, du hast gerade schon gesagt, Fußball mit Vision ist dann entstanden und du hast da ein paar Fußballer-Kollegen, also soviel ich weiß, der Christian Derflinger von Kickers Offenbach, auch, ich glaube, dein Freund mit dem BSK oder der dich mit dem BSK zusammengebracht hat, genau. Auch Felix Udukay vom FC Augsburg und Nationalmannschaft, deutsche Nationalmannschaft. Oder auch, was ich gesehen habe, Antonio da Silva, den kenne ich auch noch gut aus der VfB- und BVB-Zeit, glaube ich, damals. Die sind alle in diesem Team mit drin und noch mehr. Wie bindest du die jetzt ein konkret? Du hast kurz was gesagt, Live-Calls. Wie läuft das ab dann an so einer Schule? Ja, also wir sind ein Team von acht, neun Leuten, die im engeren Kern sind. Und dann gibt es noch viele, viele Kontakte von Leuten, die uns so auch auf freundschaftlicher Ebene einfach unterstützen. Und im Schulprojekt ist es so, Fußball mit Vision at School, dass diese Fußballer sich bereit erklärt haben, einfach per Live-Call dann zugeschaltet zu werden mit Video, wo die Schüler dann einfach mal Fragen stellen können und die einfach auch von ihrem Glauben erzählen und von den Höhen und Tiefen, die sie im Profisport einfach erleben. Und es ist das eine. Dann haben wir wöchentlich einen Online-Gottesdienst für Profifußballer, den wir zusammengestalten, wo wir gemeinsam auch für beten, wo wir gemeinsam mit Moderation und Predigt uns abwechseln. Und dann haben wir noch einmal die Woche einfach ein Gebetstreffen, wo wir uns persönlich austauschen über unsere Anliegen und auch Projekte besprechen, Dinge, die wir machen wollen. Und ja, so sind wir da eigentlich unterwegs, wöchentlich in sehr engem Austausch und gespannt auch, was da Jesus für die Zukunft noch vorbereitet hat für uns. Also es sind ja jetzt zwei verschiedene Gruppen, die Profifußballer hast du gemeint, die Sportler und die Schüler. Wie hast du den Eindruck bei den Sportlern, bei den Fußballern, wie kommt diese Botschaft da an? Also vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit, wo vieles geprägt ist von Unsicherheit und im Sportbereich sowieso, aber ich meine jetzt auch im globalen Kontext. Aber merkst du, dass die Nachfrage ist da, vor allem von so jungen Sportlern, die ambitioniert sind? Und dann kommt so eine Frage, willst du dabei sein und über Jesus hören? Was für Erfahrungen machst du da? Es ist gemischt. Also ich finde eher die jungen Spieler, da ist es oft so, die haben noch so dieses Denken, okay Profifußball, ich erober die Welt. Und so fühlt es sich ja auch an, wenn du dann da wirklich mal einen Fuß reinbekommst und mit dem vielen Geld und allem dann da unterwegs bist. Und auch die Fans und dieser Hype, der dadurch entsteht, ist schon nicht so leicht, auf dem Boden zu bleiben und die sind oft nicht so offen. Aber das ist auch ganz unterschiedlich, je nach Charakter. Natürlich ist der Druck auch extrem groß und die Leute suchen auch oft irgendwie nach einem Halt. Das ist die andere Seite und sind dann irgendwie religiös oder in andere Dinge verstrickt, wo sie irgendwie versuchen, Dinge zu kompensieren. Und ich habe aber gemerkt, dass oftmals so im Laufe einer Karriere dann doch auch die Spiele irgendwie ein bisschen offener werden, wenn sie dann mal so die erste Welle hinter sich haben, dann mal Mitte 20, Ende 20 sind auch schon die Oberflächlichkeit und die Rückschläge und so, die das Leben so mit sich bringt, durchgemacht haben und dann irgendwann Fragen aufkommen. Ja, ich habe jetzt all diese Dinge und es gibt mir eine kurzfristige Freude. Ich habe all das Geld, ich kann mir diese Urlaube leisten, ich kann das Auto fahren, ich kann mir hier die Frau nehmen oder was weiß ich was. Aber dann irgendwann an dem Punkt sind, wo sie dann merken, okay, ist das jetzt alles. Es ist alles normal geworden, muss es nicht mehr geben. Und genau da setzt ja Jesus an, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen. Und viele Menschen, die rennen vielleicht das ganze Leben diesem Wunsch hinterher, die ganze Welt zu gewinnen. Wenn ich mal das habe, dann bin ich glücklich. Und die rennen dem hinterher und erreichen es vielleicht nie und bleiben in diesem Trugschluss. Und diese Leute, die es dann mal haben, die sind irgendwann an dem Punkt. Und da sind eben Fußballer viel von betroffen, dass sie das dann irgendwann, ja, alles erleben. Und dann merken, okay, es erfüllt mich doch auch nicht in letzter Instanz. Und die Frage stellen, ja, ist das jetzt alles, gibt es nicht auch mehr? Und da kann man gut anknüpfen. Aber klar, wenn es ums Evangelium geht, dann fordert es schon auch irgendwie das ganze Leben. Und wenn man viele Verlockungen auch hat in diesem Geschäft mit allem, was dazugehört, an Vergnügungen und so weiter und Möglichkeiten, dann kostet es einen schon auch was. Und da merke ich, wenn es dann ernst wird, dass das schon auch ein großes Ring ist. Und dann auch bei vielen oder bei manchen auch so bewusst der Punkt kommt, wo sie sagen, nee, das ist mir zu viel. So ein bisschen Religiosität und Hilfe, das braucht man und ist auch gut. Und basteln sich so ein bisschen ihr Gottesbild da zusammen. Da gibt es ganz, ganz viele. Mehr wie so in der durchschnittlichen Gesellschaft, würde ich sagen, weil eben auch das Leben so viel abverlangt und so schnelllebig ist und alles. Aber richtige Durchbrüche sind auch da, ja, nicht Tagesgeschäft, sage ich mal. Kommt immer wieder vor, ja, durch Gottes Gnade, dass er das schenkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass die dann reihenweise alle. Klar, ja, ja. Und trotzdem durch diesen treuen Dienst erreicht werden, ja. Auf einer Ebene, wo wahrscheinlich viele einfach gar nicht hinkommen, die jetzt nicht so eine Geschichte haben zum Beispiel. Auf der anderen Seite waren jetzt die Schüler eine unglaublich wertvolle Arbeit, denke ich. Und auch, wenn ich so mit dir rede und so, merke ich immer wieder, das ist eine riesen, riesen Leidenschaft von dir. Wie merkst du da die Annahme? Und gibt es so ein, zwei Erlebnisse, wo du sagst, das nimmst du so gerne mit aus diesen Einsätzen an den Schulen? Ja, also bei den Schulen, da habe ich unglaublich viel erlebt. Ich war jetzt an knapp über 100 Schulen unterwegs. Und es fasziniert mich immer wieder, so die begeisterten Schüleraugen zu sehen. Und für mich ist es ein riesen Geschenk, mit meiner Geschichte da reinzugehen, über so Themen Leistungsdruck, was ja die Schüler auch kennen. Oder worüber, ja, identifiziere ich mich? Was gibt mir meinen Wert? Oder wofür lebe ich eigentlich allgemein? Darüber zu sprechen und auch offen und ehrlich die Schüler mit reinzunehmen. Dann aber auch zu sagen, dass man im Fußball keine Antworten auf diese Fragen gefunden hat, sondern durch Jesus. Und das ist für mich ein Riesenprivileg. Und diese Kombi, auch so leben zu dürfen an Schulen, ja, das macht viel, viel Freude. Und ich gebe immer am Ende dann auch noch so Kickerbibeln weiter, wo auch meine Geschichte drinsteht, so als Andenken für den Tag. Und zu sehen, wie dann die Schüler da drüber herfallen. Ja, und meistens über 90 Prozent, 95 Prozent unbedingt, manchmal auch alle so eine Kickerbibel haben wollen. Manchmal dann auch noch andere Klassen drumherum, die gar nicht beim Seminar dabei waren, wenn es zum Beispiel in der Aula stattgefunden hat oder so, da dann anschwärmen und da auch noch eine Kickerbibel haben wollen und so. Das ist schon was Besonderes und was Schönes. Eine Tür, die Gott da geöffnet hat, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe eine Schülerin mal kennengelernt, der habe ich eine Kickerbibel mitgegeben und die war in der Phase, wo es ihr sehr, sehr schlecht ging. Und die hat erst dann so gedacht, ja, eigentlich weiß ich nicht, ob das mit Gott so funktioniert und sie möchte eigentlich keine so eine Bibel mitnehmen. Das ist für sie irgendwie Quatsch. Und ihre Freundin hat sie dann so überredet, komm, wir nehmen auch so eine Bibel mit. Da hat sie eine mitgenommen und ist dann irgendwie in Kur gekommen, weil es ihr auch psychisch nicht so gut ging. Und dort hat sie dann, als sie ihre Tasche gepackt hat, so gedacht, ja, die Kickerbibel, die sollt sie mitnehmen. Und es war ja dann erst aber ein bisschen peinlich. Als sie dann dort war, hat sie erst nicht so drin gelesen, aber immer, als sie ein bisschen Ruhe hatte und draußen irgendwie in der Natur unterwegs war, kam wieder dieser Gedanke, sie soll doch in dieser Bibel lesen. Und irgendwann hat sie es dann gemacht und dann hat sie mir geschrieben, von dem Moment an hat sie jeden Tag drin gelesen und hätte nie gedacht, dass es funktioniert, aber sie kann sich auf eine Art und Weise annehmen, wie sie es selbst nie gedacht hätte. Und es sollten auch viel mehr Menschen hören, was Jesus für sie gemacht hat. Und sie hat einen Riesenfrieden, wie sie noch nie in ihrem Leben erlebt hat und hat mir da eine Riesen-Mail geschrieben, ein halbes Jahr später. Krass. Das war für mich natürlich eine sehr, sehr große Ermutigung. Stark. Ja, aber auch so immer wieder die Rückmeldung zu bekommen, sowohl von, manchmal von Elternseite, ja, da ist eine gläubige Mutter, die das irgendwie mitbekommen hat und die sich voll freut. Oder auch die Schüler, die mir danach auf Insta oder irgendwo noch schreiben und sich einfach bedanken, was ja auch in dem Alter nicht immer so die Regel ist. Ja, das ist schon irgendwie ermutigend und einfach schön, wie Gott da auch, ja, und den Herzen einfach dadurch arbeitet und Veränderung schafft, Begegnung schenkt mit ihm und neue Perspektiven auch eröffnet. Nehmen wir an, jetzt ist jemand dabei, der den Podcast hört und sagt, das ist eigentlich eine coole Idee für meine Schule, für meinen Unterricht. Wo und wie kann man dich da erreichen übers Internet? Einfach bei fußballmitvision.de, alles klein und zusammengeschrieben, vorbeischauen, da sind die Kontaktdaten drauf und egal, ob Lehrer oder Schüler von beiden Seiten, kann das in die Wege geleitet werden. Gerne melden und dann freue ich mich, da auch vielleicht mal bei dem Hörer vorbeizukommen. Sehr cool, ja, vielen Dank. Manu, du bist jetzt eben sehr selbstständig unterwegs, also gerade für Fußball mit Vision auch viele Predigtdienste, Verkündigungsdienste sind bei dir so im Jahreskalender eingetragen. Du machst auch immer wieder mal Auslandsreisen. Ich war jetzt letztes Mal bei dir, da hast du mal so ein bisschen erzählt, ich fand das so spannend und ich hätte dir den ganzen Abend zuhören können. Jetzt haben wir nicht ganz so viel Zeit den ganzen Abend, aber was machst du auf deinen Auslandseinsätzen? Was für Ziele hast du da, wo bist du da unterwegs? Nimm uns doch kurz in vielleicht ein, zwei Erfahrungen rein, wo du auch erlebt hast, wie Gott dich da gebraucht mit deiner Zeit und deiner Kraft, die du da investierst. Ja, also das ist noch der dritte Baustein von Fußball mit Vision, das habe ich vorher nicht erwähnt. Das sind internationale Projekte. Wir haben es auch auf dem Herzen, einfach im Ausland junge Menschen zu unterstützen durch den Fußball, auch auf sozialer Ebene, aber auch natürlich über den Fußball das Evangelium da weiterzugeben. Wir haben Projekte in Indien, in Kasachstan, in Kenia, in Südafrika, Serbien, wo ich überall schon auch sein durfte in dieser Verbindung Profi-Fußball und Glaube. Und oftmals sind es eben Fußballprojekte, Fußballcamps und solche Sachen, aber auch, ja, in Serbien war es ein Flüchtlingslager, wo ich mal mitgeholfen habe. Das mache ich immer mal wieder gerne, so zwei bis drei Wochen im Jahr da irgendwo mich auch zu investieren und auch über den Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen. Und ich könnte jetzt natürlich viele Geschichten erzählen, vielleicht zwei, auf die ich kurz eingehen möchte, die mich sehr, sehr geprägt haben. Das eine war in Serbien, da ist mir ein junger Iraner begegnet in einem Flüchtlingscamp und ich bin mit dem recht schnell gut klargekommen und wir sind auch recht schnell über den Glauben ins Gespräch gekommen. Ich wollte erst gar nicht nach Serbien gehen, muss ich ehrlich sagen, und auch nicht in den Flüchtlingscamp, aber Gott hat es so geführt, dass nur ein Zeitraum frei war, wo Serbien möglich war, weil da ein Freund von mir eben, der auch mitgehen wollte, nur da Zeit hatte und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt, gehen wir nach Serbien, obwohl ich mir das eigentlich nicht ausgesucht hätte. Dann waren wir dort und da war, wie gesagt, dieser Iraner und wir haben lange über den Glauben gesprochen und dann hat er so gemeint, ja, das hat ihn schon zum Nachdenken gebracht, auch so ein bisschen auf rationaler Ebene, was spricht eigentlich so für Jesus und so und nicht nur emotional, ja, du musst halt gerettet werden und hier und da, wie es von vielen anderen Christen gehört hat und so haben wir uns ausgetauscht und erst mal nicht mehr und ich habe ihn von diesem Moment an richtig auf dem Herzen gehabt, habe viel angefangen für ihn zu beten und kurze Zeit später haben wir uns dann unterhalten im Zelt wieder und er hat lange erzählt und ich habe halt irgendwann so bei mir gedacht, ja, ich höre ihm gerne zu, aber ich würde ihm gerne auch noch was mitgeben, was wirklich auch in seiner Situation ihm vielleicht Hoffnung gibt, weil das waren echt Umstände dort, irgendwo an der Grenze in Serbien, wo es dunkel und kalt war und Bedingungen wirklich, kann man sich nicht vorstellen hier, wenn man in Deutschland lebt und ich habe das so vor mich hingebetet, während er erzählt hat und von einem Moment auf den anderen hat er dann gesagt, ja, er glaubt nicht mehr so an Religion und er hat auch mit dem Islam so viel Missbrauch erlebt im Iran und so, aber ja, für ihn ist Gott jetzt eher so halt wie ein Freund und dann habe ich so gesagt, interessant, ja, für mich ist Gott auch wie ein Freund. Jesus hat gesagt, ja, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt und dann hat er gesagt, echt, ist Gott für dich auch so wie ein Freund? Da habe ich gesagt, ja, das ist auch ein Wesensaspekt von ihm, ich kann mit ihm über alles reden, er ist für mich da und so sind wir auf den Glauben zu sprechen gekommen. Dann hat er auf einmal, ohne das zu wissen, das war für mich der Oberhammer, hat er einen Bibelferst zitiert, wörtlich aus der Bergpredigt von Jesus. Ohne es selber zu wissen? Ohne es selber zu wissen, in dem Zusammenhang und ich schaue ihn so an und sage so, hey, woher weißt du das? Er sagt er so, woher weiß ich was? Da sage ich, du hast gerade im Wort laut Jesus Christus zitiert aus der Bergpredigt, dann guckt er mich anschüttelt mit dem Kopf und sagt, I can't believe that, that's impossible und so weiter. Ich habe nie die Bibel gelesen. Dann habe ich in so einem kleinen Neuen Testament, das auf Farsi und Deutsch war, das rausgesucht und habe es ihm vorgelesen oder ihm gezeigt, dann ist ihm die Kinnlade runtergefallen, und er hat gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und ich habe nur aus dem Affekt raus gesagt, weißt du was, vielleicht arbeitet Jesus schon lange an deinem Herzen und du bist in deinem Denken schon mehr Christ, als du es vielleicht wahrhaben möchtest. Dann ist er mit der Bibel davon gelaufen, die habe ich ihm geschenkt, hat angefangen drin zu lesen und am letzten Abend habe ich mich dann von ihm verabschiedet und habe gesagt, hey, ich würde mich freuen, wenn ich dich irgendwann wieder treffen kann und du es auch nach Deutschland schaffst. Aber noch mehr wünsche ich dir, dass du deinen Erlöser kennenlernst. Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Und ich habe letzte Nacht angefangen, zu Jesus zu beten, hat sich bedankt und hat gesagt, das hat ihn so fasziniert, so anders, wie er sich ein religiöses Buch vorgestellt hat, so die Geschichten von Jesus, die haben ihn echt gefesselt. Und genau, dann bin ich nach Hause, nach Deutschland, bin mit ihm immer wieder in Kontakt geblieben. Und der Kontakt ist nie abgerissen, aber sein Kontakt zum Glauben ist dann wieder ein bisschen weniger geworden. Er hat es oft probiert, illegal über die Grenze zu kommen, hat es nie geschafft, wurde da geschlagen und hat sich vorstellen, wie Räuber und Gendarm spielen gegen die Grenzpolizei und mit Drohnen und Hundestaffeln und durch den Wald und irgendwie zu versuchen, in die EU reinzukommen. Die sind ja sehr gut geschützt, die Außengrenze, und du hast eigentlich keine Chance. Er hat es 30 Mal probiert und hat immer wieder Rückschläge einstecken müssen, wurde wieder zurück nach Serbien gesteckt und so. Und irgendwann habe ich ihn angerufen und habe gefragt, wie es ihm geht. Dann hat er gesagt, er will nicht mehr leben, er ist depressiv, er hat keine Hoffnung mehr und so. Und ich habe dann ihn gefragt, ob er noch in der Bibel liest. Dann hat er gesagt, nee, er ist wieder viel mit Muslimen unterwegs und er kommt nicht mehr dazu. Er hat das vor ein paar Wochen aufgehört, ein paar Monaten schon. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er noch betet. Dann hat er gesagt, ja, er betet noch. Dann habe ich ihn gefragt, zu wem betest du? Dann hat er gesagt, ja, zu Gott. Dann habe ich gesagt, zu welchem Gott betest du? Dann hat er gesagt, zu seinem Gott. Dann habe ich einfach ganz frech gesagt, ja, weißt du, vielleicht ist genau das Problem. Dein Gott hört dich nicht, er existiert nicht. Ich glaube, dass dir nur einer, der lebendig ist, jetzt helfen kann und das ist Jesus Christus. Ich weiß nicht wie, aber ich bete für dich und hoffe, dass er dir irgendwie Begegnung schenkt. Ich habe für ihn gebetet am Telefon, aufgelegt. Zwei Tage später überflutet mein WhatsApp. Ja, mit, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Im nächsten Versuch, im 31. Versuch hat er es dann nach dem Gebet über die Grenze geschafft und war auf dem Weg nach Deutschland, durch Italien, hat mir gesagt, er ist so dankbar und er kann nicht glauben, was Gott da gemacht hat. Das ist für ihn unfassbar und er möchte auch Menschen davon erzählen, wie Jesus ihm geholfen hat und so und hat sich so bedankt. Er kam dann zu mir nach Hause, hat dann dort auch eine Zeit lang bei uns mitgearbeitet und unserem landwirtschaftlichen Betrieb, der noch ein bisschen so nebenher läuft. Anderes Thema. Nächster Podcast war auf jeden Fall dann da mit dabei. Und ja, wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Er musste leider jetzt nach Schottland weitergehen, aber ist dort jetzt in der Gemeinde, ist auch getauft. Oh, schön. Und das ist so eine Geschichte, die mich sehr, sehr ermutigt. Ja, mit Höhen und Tiefen, aber wo man wirklich auch gemerkt hat, wie das von Gott alles vorbereitet war. Eine andere Geschichte noch in Kasachstan, da mache ich das auch immer so, dass ich die Leute frage, wie sie denn zum Glauben gekommen sind. Immer wenn ich in so Ländern bin, wo jetzt nicht so ein christliches Abendland ist oder die christliche Kultur noch irgendwie ein bisschen in der Gesellschaft verwurzelt ist, da frage ich die Leute, wieso sie eigentlich an Jesus glauben. Und ich höre die faszinierendsten Geschichten. Und wir hatten da einen Pastorenkick mit einem deutschen Team, wo wir dort mal in Camps gemacht haben, ein bisschen Fußball gespielt mit ein paar Pastoren, die da zusammengetrommelt wurden. Und danach beim Essen habe ich da einen gefragt, ganz unscheinbar einen Mann, wie er denn zum Glauben gefunden hat. Und er hat angefangen zu erzählen, dass er drogenabhängig war, auf der Straße gelebt hat, dass er Muslim ist eigentlich und dass er 15 Jahre lang wirklich keine Hoffnung hatte in seinem Leben, nicht rausgekommen ist aus der Drogenabhängigkeit. Und in seiner Not hat er dann irgendwann angefangen, Gott zu suchen. Und er kam dann in eine Drogeneinrichtung rein, so eine Rehabilitationseinrichtung und hat davor auch viel Kontakt auch zu Allah gesucht in dem Fall, weil er gedacht hat, als Kasach ist er Moslem und dementsprechend hat er da viel investiert, aber irgendwie hat ihm nichts geholfen. Und er hat dann eines Tages in dieser Rehabilitationseinrichtung einen Sozialarbeiter getroffen, der Christ war. Und der hat am Ende gesagt, als er mit denen sein Programm gemacht hat, ja, euch kann nur noch Gott helfen. Dann hat er so gesagt, Moment mal, Moment mal, ich war in jeder Moschee in der ganzen Gegend hier, aber Gott hat mir bis jetzt nicht geholfen. Und dann hat dieser Sozialarbeiter zu ihm gesagt, ja, du musst Gott durch Jesus Christus suchen und nicht durch Mohammed, dann kann er dir helfen. Und es war ziemlich mutig auch in dem Kontext, wo du eigentlich nicht offen über den Glauben so sprechen darfst, beziehungsweise aufpassen musst. Aber der hat den Mut damals gehabt und diesen Mann, den hat es neugierig gemacht und der hat ihm dann eingeboten, einen Kontakt zu einer christlichen Einrichtung zu vermitteln. Und dann hat er gesagt, ja, er ist da offen für und ist dann zu dieser christlichen Einrichtung als einziger von den ganzen anderen Drogenabhängigen hingegangen. Er kam dann dort an und hat halt gehofft, dass die ihm helfen können. Und das Erste, was ihm aber begegnet ist, war ein Mann, der gesagt hat, ja, wir können dir hier auch nicht helfen. Dann war er erstmal enttäuscht, aber der hat ihm ein Buch in die Hand gedrückt. Das war ein neues Testament und hat gesagt, hey, aber der Gott von diesem Buch hier, der kann dir helfen, aber du musst ihn selber suchen, du musst dich selber auf die Suche machen. Das war's. Er ist in sein Zimmer gegangen, hat in einer Woche das ganze Neue Testament durchgelesen. Das ist gewaltig. Und dann kam er irgendwann an den Punkt, wo steht, dass Jesus für die Sünden alle gestorben ist. Und ja, das hat ihn so fasziniert, dass er den Pastor dort fragen musste von dieser Einrichtung. Ja, sag mal, zählt das auch für mich? Für uns Kasachen zählt das auch? Ja, der Pastor gelacht, hat gesagt, ja, das zählt auch für euch Kasachen. Und an dem Abend hat er das erste Mal dann angefangen zu beten, hat gesagt, du Gott von diesem Buch, wenn du mir hier raushilfst, dann will ich dir dienen. Und in der folgenden Nacht ist ihm Jesus im Traum begegnet. Und es war für ihn so eindrücklich, ja, dass er die ganze Nacht danach, als er wieder aufgewacht ist, erstmal hat er gesagt, so eine Liebe und so einen Frieden hat er noch nie erlebt. Und er wollte gar nicht mehr wieder weg, wie wenn er so in den Himmel hochgehoben wird auf den Händen. Und als er dann wieder auf der Erde war, da wollte er erstmal gar nicht da zurück. Da hat er eine Stimme gehört, ich hole dich heraus und du sollst mir dienen. Und er ist aufgewacht, konnte die ganze Nacht nicht mehr schlafen und so und war von dem Moment an frei von seiner Drogensucht. Und dann hat er sich vorgenommen, kam raus aus der Einrichtung und nicht gewusst, wo er anfangen soll. Und hat er dann irgendwann diesen Sozialarbeiter da getroffen. Er hat ihm gesagt, fang dort an, bei denen, die so sind wie du, geh zu den Drogenabhängigen in dem Umfeld, wo du bisher unterwegs warst und hat ihm geholfen, einen Raum zu mieten. Und seitdem hat er angefangen, eben unter Drogenabhängigen eine evangelistische Arbeit auch so ein Stück weit zu machen oder denen zu helfen, auch natürlich von der Sucht loszukommen, aber darüber hinaus auch eine Hoffnung zu geben. Und so Menschen triffst du dann halt dort an, wo du einfach merkst, dass Gott auf eine gewaltige Art und Weise einfach am Werk ist. Vielleicht noch ganz kurz, weil das in Kasachstan auch so gewaltig war, ganz am Ende bin ich im Flugzeug so auf dem Rückweg mitten der Nacht in Kasachstan irgendwo im Flieger noch einen Inlandsflug gehabt, bevor es nach Frankfurt zurückging. Und ich saß da und war einfach tief dankbar und überwältigt von den ganzen Zeugnissen. Ja, so viele Leute, die Jesusbegegnung hatten, die frei geworden sind von Drogenabhängigkeit, die ja einfach ihn erlebt haben auf eine ganz, ganz mächtige Art und Weise. Und es hat mich so dankbar werden lassen, auch so gestärkt in meinem eigenen Glauben. Ich saß da mitten in der Nacht im Flugzeug und habe einfach dem Herrn gedankt und habe dann so gedacht, ja Herr, wenn du uns hier irgendwie gebrauchen willst und uns zeigen möchtest, wie es weitergeht, jetzt sind wir hier schon mal irgendwo in Kasachstan. Vielleicht ist da irgendjemand, den du konkret vorbereitet hast. Das habe ich davor aus einem Buch gelesen, wo der auch gesagt hat, in der muslimischen Welt, wo du nicht öffentlich hier groß, dass Gott manchmal ganz spezifisch Dinge vorbereitet. Da habe ich einfach gebetet, zeig das durch deinen Geist, wenn du sowas hast und sag so innerlich Amen und war einfach dankbar. Dann sehe ich, wie der vor mir im Flugzeug auf einmal so die ganze Zeit über die Schulter schaut zu mir nach hinten. Ich denke mir so, was ist denn da los und so. Das war mir erst ein bisschen suspekt, aber dann landet das Flugzeug und auf einmal dreht er sich um und spricht mich an und fragt mich, seid ihr Christen? Auf Englisch. Ich denke so, ich wusste erst mal gar nicht, was ich sagen soll. Und ich sage so, ja, was macht ihr hier? Ich bin auch Christ aus Usbekistan. Und ich konnte das Licht Jesu in euren Angesichtern sehen, hat er gesagt. Ach krass. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, habe dann mit ihm gesprochen, erzählt, dass wir Fußballcamps machen. Er hat gesagt, dass er in die Hauptstadt von Kasachstan fliegt, um dort ein Visum zu beantragen für Salzburg, wo er studieren möchte. Und er hat sich erst gewundert, wieso Gott ihn so geführt hat. Das hat für ihn viel keinen Sinn gemacht, aber jetzt weiß er, warum Gott ihn so geführt hat. Und wir haben da mit ihm mitten dann in der Nacht dort am Flughafen noch gebetet. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was? Ich will, dass ihr nach Usbekistan kommt, dass ihr dort das Gleiche macht wie hier in Kasachstan. Und ich möchte euch die Kontakte vor Ort und alles herstellen, damit ihr auch dort mit Fußballcamps und so einfach ja den Menschen begegnen könnt. Und das ist manchmal so Erlebnisse. Das habe ich so auch noch nicht oft erlebt. Aber es war für mich sehr, sehr eindrücklich, so ein Abschluss von dieser Reise, wie Gott einfach Dinge vorbereitet und dann einem auch zeigt, wie der Weg manchmal weitergehen soll. Und jetzt sind wir gespannt, ob dann irgendwann die Reise dann nach Usbekistan geht. Und so baut Gott euch da an seinem Reich ein immer weiter. Schön, Manu, das waren jetzt viele Stationen in deinem Leben. Trotzdem die Kurzfassung. Das ganze Leben. Das ganze Leben, ja. Trotzdem geht es wahrscheinlich viele Abzweigungen, die man da noch irgendwie noch angucken könnte. Was ich sehr schön finde, jetzt so gegen Ende, um noch so ein paar Dinge aufzugreifen, was du mit Jesus erlebt hast. Gerade jetzt dieses letzte Erlebnis, so im Alltag zu beten und Gott die Situation hinzulegen und dann auch zu vertrauen, dass Gott diese Türen aufmacht. Ja, das ist, glaube ich, in Deutschland genauso. Klar, in muslimischen Ländern nochmal anders, aber auch in Deutschland, wo Gott so Türen aufmacht und so kleine Wege vorbereitet. Und die Frage ist, ob wir im Alltag ihm das wirklich hingeben und die Augen offen halten und ihm vertrauen. Absolut. Du hast ein paar Bibelworte zitiert, ein paar Dinge, wo ich gemerkt habe, das ist etwas, das hat dein Leben verändert. Ja, Gottes Wort bleibt. Was bringt es, die Welt zu gewinnen und Jesus zu verlieren und so? Was für ein Gedanken, vielleicht auch Bibelwort eben am Ende, würdest du uns gerne noch mitgeben? Etwas, was dir wichtig geworden ist und wichtig ist? Ja, das eine Wort habe ich ja schon zitiert mehrmals. Was bringt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei seine Seele zu verlieren? Ich glaube, dieser Vers, der hilft einem, die Prioritäten richtig zu setzen und auch immer wieder den eigenen Standpunkt zu hinterfragen, auf welchem Weg ist man gerade, worauf kommt es einem an, was rennt man hinterher? Es gibt eine Sache, die wirklich wichtig ist, weit wichtiger als die Welt zu gewinnen. Das ist unsere Seele, das ist die Ewigkeit und die macht Jesus uns möglich. Und wenn man aufs Falsche fokussiert ist, dann rennt man diesem Ziel leicht vorbei und das ist sehr, sehr schade. Das ist das eine. Und das andere ist ein Bibelferst, der mich durchgetragen hat, gerade so in den schwierigen Phasen, Sprüche 3, Vers 5 und 6. Da heißt es, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und das war ein Vers, der ist mir wirklich an vielen Orten begegnet in dieser Zeit, wo mein Karriereende mir gegenüberstand, wo ich viel Frust und Enttäuschung hatte und nicht wusste, für was das alles gut sein soll. Da war immer wieder dieser Vers und ich habe irgendwann gemerkt, Gott will mir dadurch was sagen. Und da ist mir dieser Vers persönlich wichtig geworden. Vertraue mir von ganzem Herzen, das ist das Erste. Mehr als auf deinen Verstand. Und das ist die Herausforderung, weil wenn du in einer schwierigen Zeit bist, dann sagt dir dein Verstand ja erstmal nur beschissen. Du willst ja schnell wieder raus und du siehst da nichts Gutes drin. Und so war es ja für mich damals auch. Ja, warum ich? Warum kann ich nicht noch ein paar Jahre Fußball spielen? Und diese Frage, die begegnet einem ja auch als Christ immer wieder. Das heißt ja nicht, dass dann alles glatt läuft. Aber die Frage war immer wieder, bist du bereit, mir zu vertrauen? Vertraue mir die Aufforderung, vertraue mir von ganzem Herzen. Und das habe ich dann versucht zu machen, auch wenn ich nicht wusste, für was das gut sein soll. Und dann kommt das Versprechen hinterher. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg weisen oder erkenne ihn auf all deinen Wegen. Und das hat sich in meinem Leben bewahrheitet, weil heute, sieben Jahre später, nach dem Karriereende und all diesen Dingen, kann ich sagen, okay, ich habe heute eine Arbeit, darf heute was machen und erleben, was mir oftmals mehr Erfüllung gibt, als ich das jemals als Profisportler hatte. Das habe ich aber damals noch nicht so gesehen. Und heute kann ich sagen, okay, ich habe etwas gefunden, das ich am Anfang nicht gesucht habe, aber das mir ein weit größerer Reichtum ist, als das, was ich eigentlich erhofft habe zu bekommen. Und das ist dann wiederum sehr schön, aber das war irgendwo ein langer Prozess. Aber mittlerweile ist dieser Vers dadurch auch ein Wegbegleiter für mich geworden, den ich auch immer wieder anderen Leuten einfach zurufen möchte. Wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Da ist ein Gott, der hat die Kontrolle über deine Umstände. Der lädt dich ein, zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen. Der hat einen Weg für dich. Auch wenn du das nicht verstehst, wie er dich immer führt. Und in diesem Vertrauen auf ihn, mehr als auf deinen Verstand, da darfst du erleben, wie er dich dann auch führt und wie er dann Wege öffnet und vielleicht auch Schwierigkeiten in deinem Leben irgendwie zum Segen gebraucht, wie es jetzt auch in vielerlei Hinsicht in meinem Leben macht und da was Gutes draus machen kann. Und das ist so ein Vers, der mich bis heute immer wieder ermutigt und begleitet, so ein Motto in meinem Leben. Und da bin ich auch immer wieder geübt. Es gibt auch immer wieder Situationen, wo das aufs Neue geprüft wird, aber ich versuche, mich an dieses Wort zu halten. Manu, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und deine Zeit. Vielen Dank. Gerne, Simon. Das war der zweite Teil unserer ersten Folge hier auf diesem neuen Format kurzweilig mit Manuel Bühler. Ich hoffe, dass diese Folge dich ermutigt hat, Jesus zu folgen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen und auch da zu sehen, wie er Herzen verändert und seine Kinder gebrauchen möchte dazu. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Christusbund Podcast und Gottes Segen.